Ich werde mich nur umschauen. Versprochen. Machst bestimmt wieder einen Großeinkauf. Nein, wirklich. Ich schaue mich nur um. Ich werde nichts einkaufen. Bist du dir da sicher? Ja, ich bin mir sicher. 100%. Ich werde nichts einkaufen. Vielleicht nur eine Sache. Werden wir sehen. Was ist denn das alles? Ich kann das erklären, wirklich. Du wolltest dich doch nur umschauen. Ja, aber das brauchen wir alles. Und für was?